Hallo und willkommen zu diesem Video. Heute machen wir das Level 2 Champion mit Fireheart und den lieben Alex, der auf ihrem Eiler reine das ebenfalls Level 2 ist. Und tut mir leid, dass das Video nicht gestern kam, aber destan hatten wir so Gewitter hier, dass ich keine Videos hochladen konnte, außer das kurze. Und ja, auf jeden Fall schon mal jetzt schon. Vielen Dank für die 43 Abonnenten. Ich habe eben meinen Abonnentenstand gecheckt und vielen Dank dafür. Ich mache auch ein 40 Abonnenten-Special, aber ich komme mit den Videos nicht so ganz hinterher. Deswegen ja, ich versuche mein Bestes. Ich hoffe, dass es diesmal nicht so sehr hängt, weil ich hätte es eigentlich schon gestern hochgeladen, gestern Morgen. Wow, wir sind hier voll die Ampour Eilerreihe. Aber leider hat es halt sehr gehängt und ich bin Gruppe 2 OMG. Ich bin schon so selten Gruppe 2 gewesen. Das ist schon krass. Auf jeden Fall hoffe ich, dass diesmal nicht so stark hängt und wie so Level 2 Champion weil ich beim Vorführen von Fireheart aus Versehen ein Level, ein Rennen gemacht habe und dadurch wurde er Level 2. Ja. Also ich bin auch in dem 30 Abonnenten-Special dran. Ich arbeite daran, schreibe es, aber es wird noch heute Morgen nicht rauskommen. Spätestens am Sonntag. Aber das kann ich auch noch nicht versprechen hier. Also, bis jetzt geht es mit den Hängern. Also sie sind immer noch da, aber sie sind nicht so stark wie gestern beim Fortpinter Champion. Und ich finde... Ja, geil. Es fängt schon wieder an zu gewittern. Was hast Wetter? Ernsthaft mit mir? Es hat schon wieder gerade geblitzt und gedonnert. Ach man ey, bitte Internet, halt, stand. Bitte nur diese 5... Oh, es hat schon wieder geblitzt. Nur diese 5 Minuten. Okay, Internet, bitte, halt, stand. Ich weiß nicht, was bei uns los ist. Es donnert einen Blitz seit gestern extremst. Gestern Abend extremst. Jetzt schon wieder extremst. Es hat schon wieder gedonnert. Ach man ey. Sorry, dass es mich so aufregt. Aber immer wenn es Gewitter gibt oder Sturm allgemein, ist unser Internet so grottenschlecht. Aber immerhin, es ist SSO noch nicht abgestürzt. Es ist ein gutes Zeichen. Ja, also es läuft ganz gut. Dafür, dass Fireheart als Level 2 ist, sind wir Level 7. Und... War das knapp. Ja. Also es läuft ganz gut. Ich nehme jetzt auf, falls es jemanden wundert, ich komme mit der alten Software nochmal kurz auf. Und deswegen ist auch kein Intro dran. Weil... Das ist jetzt eher seine spontane Aktion fail. Seine spontane Aktion war dieses Champion zu nehmen und nicht ein anderes. Und deswegen hatte ich keine Zeit, wobei es richtig einzustellen, damit es gut aufnimmt. Und es donnert schon wieder. Ja, geil. Ich sollte mich jetzt ein bisschen auf das Champion konzentrieren, sonst verkacke ich ihn noch mehr. So, wir sind fast am Ziel. Schaffen wir es noch, einen Platz gut zu machen? Schaffen wir es noch... Nein, ich bin hängen geblieben. Fuck. Ja, also dieses Champion war bedingt durch das Gewitter. Jetzt ist... What the fuck? Ich bin hängen geblieben. Okay. Ja, also es lief doch sehr gut. Das Internet hat sich ganz gut gehalten, trotz des Gewitters jetzt da draußen. Und... Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Nur schade, dass Alex in Gruppe 1 gekommen ist. Aber naja, sie wird wahrscheinlich eh erste oder zweite gewesen sein oder dritte. Also herzlichen Glückwunsch an Carolin Steel Beach, Elisabeth Zielfeld, Leonie Stormcastle. Also, dann bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Hoffentlich hat es euch gefallen. Und es hat schon wieder geblitzt. Okay. Auf jeden Fall, ich werde mich um das 40 Abba-Special kümmern. Es wird ein Special für SSO. Ich war auch gerade eben dabei am Suchen, ob ich einen gehaltenen Ort dafür finde. Und... Ja. Dann bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt und wünscht euch noch einen wunderschönen Morgenmittagabend. Tschüss!